Es ist ein Rosensprung aus einer Wurzelzeit, wie uns die alten Summen von Jesse kam die Art und hat ein Blümlein wacht, mitten im kalten Winter wohl zu dir halben Nacht. Das Blümlein, das ich meine, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht alleine, Marie, die reine Macht. Aus Gottes liefgemacht hat sie ein Kind geboren, welches uns selig macht. Aus Gottes liefgemacht.